Und zum dritten, dann 2008, die DVD und CD Carambolage. Also wieder sieben Jahre später, wenn es so weitergeht, werden wir dann im Jahr 2018 den nächsten Ton töten. 20. 20, ja. Da werden wir sieben Jahre dran arbeiten, alle drei Monate ist eine Probe. Markus, ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen, das ist wie eine E, wo sich Mann und Frau einmal im Jahr sehen. Zehnmal im Jahr, die können nie streiten, die passt alles prima. Du gehst mich nie auf die Nerven, weil ich wenig sehe. Und die, die, die auch, und du gehst auch. Stimmt, ja. Stimmt, irgendwie. Ich fahre nie mit Unwillen über den Brennen. Ich muss mich nicht zwingen. Ich esse dich allem gern, nein. Ich muss dazu sagen, wo wir so unter uns sind. Also, kulturelles Lernen vor 21 Jahren, bei den ersten gemeinsamen Proben in Orling, in Orling, bin ich als Vorarlberger pünktlich gekommen, der Gianni als Italiener eine halbe Stunde zu spät. Und jetzt hat kulturelles Lernen eingesetzt, gegenseitig. Und jetzt kommen wir beide eine Viertelstunde zu spät. Also, ich bin ein bisschen lockerer geworden, eher ein bisschen pünktlich und so passt das an. Ich darf noch drei Menschen heute ansagen. Und die sind heute aus Sheffield angereist. Sheffield ist Seefeld. Seefeld, die sitzen da. So, Ottmar, Martin und Helmut sind Fans der ersten Stunde, die seit 1990 dieser Band nachreisen. Man muss sich das vorstellen, von Sheffield nach Bozen sind sie heute gekommen. Bitte euch mal einen Applaus für Ottmar, Martin und Helmut. Und ihr seht, hier wird gefilmt. Der Martin da vorne, der ist nämlich der, der ohne uns zu fragen uns ständig auf YouTube einstellt. Die schicken sogar unsere CDs zu amerikanischen Blues-Magazinen, damit die Rezensionen schreiben. Also, die machen PR ohne Auftrag. Also, solche Fans muss man schon mal haben. Und wir haben heute beschlossen, nachdem diese Fans aus Sheffield uns ständig nachreisen, werden wir im Jahr 2011 nach Sheffield reisen. Und dann werden wir mal unseren Fans nachfahren und ein Konzert in Sheffield geben. Go! Bravo! Ja, sollen wir Musik machen auch noch? Boah! Wolltest du? Ja. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020